Und weiter geht es mit einer mörderischen Folge Sunkenland. Wir haben letztens bei der Hintergrund einiges verkauft, aber ich glaube sie hat uns abgezogen. Wir werden irgendwann mal versuchen, ob wir die erledigen. Ob es überhaupt geht. Keine Ahnung, aber momentan brauchen wir die noch. Ja, das haben wir bekommen. Nicht viel. Wir werden jetzt weiter raken gehen. Weil wir haben... Radiant. Egal, wir werden irgendwas noch finden. Noch reicht es. Wir haben auf jeden Fall Medizin dabei. Und ich bin auf dem falschen Sitz, deswegen komme ich nicht raus. Wir werden mal irgendwie eine große Insel ansteuern. Da waren wir ja, da haben wir ja Eisenerz bekommen. Das ist glaube ich nur so ein kaputtes Gebäude. Was ist das da hinten? Das ist ein richtiger Turm, ne? Ich glaube das ist noch ein bisschen zu heftig. Da hinten sind wir in der Insel. Wo auch so ein paar Gebäude stehen. Wir werden uns mal sowas anschauen. Vielleicht gehen wir auch drauf, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich würde ihm eigentlich ganz gerne einen Motorhof bauen. Ich würde sagen, wir gehen zur Insel. Wir liefern den Kram erstmal ab. Nimm dann vielleicht doch noch ein bisschen was zu essen mit. Wir holen uns ein Motorboot. Und gucken dann mal, was da ist, was da ist und was da ist. Und klieren mal so ein bisschen die Insel. Wir haben ein Vervollwar. Warte mal, Komponenten, ne? Vielleicht mich ein bisschen Komponenten sammeln würde. Vielleicht könnte ich... Warte mal, wir gehen erst mal dahinten hin. Vielleicht können wir dann Eisen einschmelzen. Und uns dann Patronen gleich bauen. Ich weiß nicht, wie gefährlich das denn ist. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu riskant. So, also hier haben wir doch bestimmt irgendwas. So, dann nehmen wir mal die hier. Hier haben wir direkt ein Auto. Wir finden bestimmt irgendwas. Und hier ist ein Loch. Ein Grafikfehler. Ich glaube, das sollten wir lieber nicht hin. Hier schau mal. Im Spielstand Ruin, 62%. Ich glaube, leider ja. Hier war ich leider schon gewesen. Das heißt... Ähm... Apartments. Wollen wir mal zu den Apartments. Wir haben lange nicht getauft. Wir gehen mal heute eine Runde taufen. Ich will mich eigentlich relativ gut erstmal upgraden. Ich weiß nicht. Ich glaube, da ist ein bisschen krasser hinten. Bloß haben wir gecleared. Auf zu den Apartments. Ich weiß nicht, wie lange die Kapsel anhält. Habe ich vielleicht doch noch eine mitgenommen. Aber wir wollen ja eigentlich nur ein paar Komponenten haben. Vielleicht finden wir noch ein paar andere Sachen. Wer weiß. Okay, ich sehe die schon. Ich glaube, die könnten wir auch benutzen. Aber die Frau geiert. Ich sehe ein Hai. Sieht nicht danach aus. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Gut, Arzenei. Hier kann ja auch immer mal was drin sein. Aber anscheinend nicht. Ich glaube, hier können wir echt viel sammeln. Oh, okay. Okay, es hat sich gelohnt. Wir sollten hier, glaube ich, erstmal looten, Leute. Bevor wir irgendeine Insel angreifen. Okay, das war jetzt überraschend. Alles klar. Sogar ein Fernrohr ohne Jeans. Ich sollte erstmal alles hier drin lagern. Habe ich leider zu viel Kram mitgenommen. Aber das können wir essen. Können wir trinken. Das kann hier rein. Das Band kann eigentlich hier drauf. Perfekt. So. Die Samen. Eigentlich können die Samen weg. Was für ein Geräusch. Alter, hier ist so viel, ne? Ich bin gerade mal in eine Etage. Und schon haben wir so Kram gefunden, Leute. Schon haben wir so viel Kram gefunden. So. Etage ist, glaube ich, nix mehr. Gut, das kriegen wir bestimmt noch auf. Jetzt aber schnell raus hier. Also erste, zweite, dritte haben wir. Ja, wir können nicht so tief tauchen. Das ist das Problem, ne? Das ist alles ziemlich tief. Erste, zweite, dritte. Vierte. Vierte. Und wieder Wertsachen. Raus damit. Wir müssen jetzt erstmal zu unserem Boot wieder. Na gut, das ist schon wieder sehr viel Zeugs. Verwertsachen. Ich weiß nicht, ob das wirklich wert ist, so eine Eule und so. Die können wir wegwerfen. Können wir uns doch irgendwas reinknallen. Ich weiß nicht. So, wir gehen nochmal auf die letzte, also in die letzte Etage. Wie die anderen haben wir eh nicht genug Platz. Okay, hier ist nix. Hier. Da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Komponenten auf jeden Fall. Sehr gut. Genau das, was wir brauchen. Ich würde sagen, gehen wir erstmal zur Base und dann schauen wir, ob wir irgendwas mit Waffen machen können. Irgendwas mit Schusswaffen. So. Das war jetzt ein bisschen unerwartet. Und mit der Insel ist das auf unserer Insel direkt. Gut, dann gehen wir gleich dort hinten hin. Vielleicht können wir uns ein bisschen ausrüsten. Ein bisschen kümmern. Das wäre gut. Ich weiß nicht. Also bis jetzt haben wir alles easy geschafft. Aber, weil die Leute Schusswaffen haben. Ja, ich glaube, dann ist es nicht mehr so easy. Dann ist es ein bisschen gefährlich für uns. Das ist noch ein bisschen Crabs, aber den lassen wir. Wir haben eigentlich genug essen, ja. Wir haben so viel Essen, Leute. So. Äh, keine Energie zum Springen. Alles klar. So. Aber den können wir auch essen. Zack. Äh, natürlich. Natürlich habe ich es wieder nicht alles mitgenommen. Warte mal. Was brauchen wir zum Upgraden? Also. Zehn Komponenten. Gut. Das können wir ja schnell machen. Komponenten. Komponenten. Gumi. Was war das noch? Holz und Metall. Komponenten. Gut. Dann pimpen wir das Ganze mal und schauen. Alter. Okay. Alter. Ist das viel Kram. Oh. So schade, dass ich nicht speichern kann, Leute. Schade, dass ich nicht speichern kann. Schade, dass ich nicht speichern kann. Also. Aber wenn wir es werden, um nachstoffreiche Sachen anscheinend herzustellen. Schwarzpulver. Das heißt, wir können Granaten machen. Verbesserter Grill. Umdessiertes Meereswasser. Aha. Moto. Oh. Molly. Umdessiertes Wasser. Hä? Ach. Wären wahrscheinlich beide gebraucht, ne? Knarren. Eine Weste. Ofen. Metallbau und Erze. Das brauche ich. Holz und Metall. Und Gummi. Habe ich noch Gummi? Nein. Das wollte ich jetzt nicht. Das brauchen wir. Äh. Wo war das jetzt hier? Oh. Wir werden angegriffen. Gibt es doch nicht. Blünderer. Mutanten. Mutanten mit Keulen. Also einen auf jeden Fall. Die greifen meine Arikaden da an. Alter. Ach okay. Ich dachte, er lebt noch. Ich dachte, der Kollege lebt noch. Ich will mein Ding da kaputt machen, ne? Ach, zwei. Komm her, Kollege. Oh. Okay. Er rastet aus. Er rastet komplett aus. Okay, mit dem ist nichts zu spaßen. Wenn man einmal nah dran ist, dann sollte man auf jeden Fall direkt in den Nahkampf. Habe ich jetzt nicht gedacht. Was hat der hier? Auch so ein Wässerchen. Gut, das nehmen wir gleich mit. Ich wollte ja eigentlich, äh, hier, Holz, ne? Ich brauche Holz. Rüstungswerkstatt. Warte mal. Ich sollte erstmal hier ein bisschen Sachen reinhauen. So, nehmen wir uns direkt mal ein bisschen Kram hier. Also. Stoff, okay. Und einmal. Helm und so. Ja, ich brauche halt Eisen. Oh, ich hatte die. Ich hatte die doch, diese Haihaut. Oh, das ist auch geil. Aber wir brauchen Eisenbarren. Komponenten könnten wir auch dann herstellen. Gut. Aber erstmal. Den Ofen. Und das Ding hier. Das heißt, wir bräuchten mehr Platz. Auch Gummi. Das reicht gerade so. Alter. Rüstungswerkstatt. Dann müssen wir oben nochmal Wände reinbauen. Oder machen wir eher. Wir lassen das erstmal so ein bisschen offen stehen. Rufen. Und nehmen wir so hier hin. Barm. Und. Schrott. Metallschrott. Nehm ich gleich mal zwei Brocken mit. Die werden wir bestimmt jetzt brauchen. Oder ich nehme direkt alle. Holz und Schrott. Sehr geil, Leute. Sehr, sehr geil. Schauen wir einfach mal hier hin. Also. Wir können das schon mal hier reinhauen. Und dann Holz. Und dann warten. Ja. Gut. Aha. Wir brauchen aber kaputte Gegenstände, um die Sachen dann herzustellen. Gut. Das heißt, das ist erstmal uninteressant. Was können wir noch lernen? Gleich Eisen machen. Das heißt ein Amboss. Fortgeschrittene Metallwaffen. Das ist gut. Das ist jetzt echt gut. Ein Molly. Oh, warte mal. Glasflasche. Wie stelle ich die her? Glas. Ich nehme nicht genug Glas. Schade. Achso. Ich konnte nicht alles an Eisen reinhauen. Das hat leider nicht funktioniert. Ich würde sagen, hier, das wird eine komplette reine. Holzkiste. Und hier Metall. So. Stoff nochmal zurückhauen. Famsen. So. Was können wir noch bauen? Warte mal. Mikrochips. Hätte ich drei. Das heißt, ich könnte auch wieder Batterien aufladen. Ah ne, Kupferwaren. Ja. Gut. Hat sich erledigt. So Nahrung und so habe ich, wie gesagt, kein Problem. Kisten brauche ich nicht. Ich könnte auch hier mal so Regale bauen. Die sehen eigentlich ganz nice aus. Ah. Das Motorball kann ich mir jetzt nicht bauen, weil ich mein Gummi verbraucht habe. Und was bräuchten wir hier? Hier bräuchten wir dann die Barren. Alles klar. Schwefel und Holzkohle. Schwefel und Holzkohle. Warm. Rucksack, das können wir uns nicht leisten. Molly müssten wir hier noch. Hier müssen wir Schwarzpulver herstellen. Verbesserter Grill ist jetzt auch nicht so interessant. Hier brauchen wir überall Eisen für. Gut. Lufttank wäre geil. Ah, schade, dass wir nicht speichern können, Leute. Vielleicht werde ich den PC anlassen müssen, dass wir möglichst viel zocken können. Einen habe ich rausbekommen. Okay, das ist ziemlich teuer. Ich dachte, wir gehen mal ein bisschen mehr raus. Das ist teuer. Das ist wirklich verdammt teuer. Okay, ich könnte jetzt sogar craften. Aber ich habe schon eine. Ich brauche die Patronen halt, ne? Ah, warte mal. Wir können doch jetzt... Brauchten wir nicht hier... Ach, vier Stück. Boah. Okay. Können wir noch was machen? Glas haben wir leider nicht. Haben wir auch nicht. Kleidung und Helm. Gut. So viel Unterschied macht das nicht. Deswegen behalte ich mal meinen. Wir machen mal ein bisschen... Pulver hier, ne? So. Schrott-Metall. Können wir es doch jetzt vielleicht im Inventar craften? Natürlich nicht. Aber wir können Granaten machen. Ah, doch hier. Warte mal, mache ich mir direkt nochmal mehr. Ein Stück Kohle. So müsste ich was grillen. Warte mal, oben ist bestimmt schon wieder fertig. Gut, dann können wir wenigstens mit Granaten schon mal. Weiter cruisen. Kriege ich hier auch Kohle raus? Ja. Okay, sehr gut. Dann hauen wir mal... Kohle hier nochmal rein. Zwei Barren haben wir mittlerweile. Das essen wir mal. Sieht doch gut aus, Leute. Sieht doch echt gut aus. Patron. Ah. 20 Patronen. Wo habe ich meine Waffe? Das heißt... Bogen kann dann weg. Und wo ist die Knarre hier? Geil. Geil. Ich habe eine Knarre. Leute, ich habe eine Knarre. Die ich auch benutzen kann. Also ich hatte ja schon gar Zeit gehabt. Aber jetzt kann ich sie auch benutzen. Okay, ein bisschen einschmelzen müssen wir. Ich würde sagen... Ich würde aber ganz gerne trotzdem... Eine Granate vielleicht mitnehmen. Auch wenn es ziemlich teuer ist. Aber wer weiß, ob wir die brauchen. So, dann müssen wir oben nochmal nachfüllen. So. Granate. Farm. Kommt zwei. Nochmal Patron. Perfekt. Das heißt, für den Kampf... Prüste ich mich dann erstmal so aus. Wolzen soll ich mir trotzdem ein paar machen. So. Können dann erstmal hier rein. Wir sind gut ausgerüstet, Leute. Wir sind definitiv gut ausgerüstet. Schwefel. Ich brauche demnächst auf jeden Fall wieder Schwefel. Was mache ich dann mit den Eisenbarren? Was haben wir hier überhaupt? Ach, Laufpistole. Die ist ja ein bisschen krasser, ne? Aber die müssen wir dann ja auch erstmal craften können. Ich würde sagen, wir bewahren das erstmal alles auf. Vielleicht erstmal was snacken. Mal denken, wir auch grillen. Habe ich noch mal Wasser, genau. War noch ein bisschen Wasser. So. So. Also energiemäßig ist eigentlich ganz gut. Machen wir den Steamer rein. Zitronen. Dann pflanzen wir mal ein bisschen. So. Easy. So, so, so. Rein damit. Proben nochmal nachfüllen. Bam, bam. Und Holz. Da muss unbedingt wieder Holz rein. So. Und. Bam. Also eigentlich wäre es geil. Base weiterbauen. In der Zeit kann das einschmelzen und so, ne? Aber. Was soll ich euch sagen, Leute? Vielleicht sollten wir mal das Fleisch braten. 25. Ja, das bewahren wir uns für hier auf. Ich glaube. Gesundheit, Energie. Ich brauche hier auch irgendwas zum Trinken, ne? Du hast 5. Du hast nur 110. Benne mich mir mit. Ich glaube, so können wir losgehen, ne? Eine größere Insel. Ich glaube, das könnten wir jetzt echt machen. Eigentlich, ich würde echt so gerne weiterbauen, Leute. Ihr wisst das gar nicht. Das ist so nervig. Warte mal, wir können... Den Herd, hab ich den gelernt? Habe ich doch gar nicht freigeschaltet, oder? Oder doch? Okay, Forschungstisch. Bam, bam, bam. Weil wir können echt noch so viel machen, ne? Weil wir haben Stufe 3 und 4 eigentlich. Amboss. Ich will den Amboss lernen. Luftfüllstation. Hierfür fehlt uns, glaube ich, das Gummi. Leider ja. Hier fehlt uns auch so ein paar Sachen. Hm. Könnte ich lernen, ne? Hm. Vielleicht habe ich doch mal kurz oben Erz rein. Da wird doch nur eins verbraucht, ne? Ich glaube, da wird doch nur eins verbraucht. Erz, hau ich das einfach mal hier rein. Fleisch. Wie viel gibt das? Joa, das ist gut. Das ist gut. Wir nehmen uns mal ein bisschen Kram hier raus. Ich weiß jetzt nicht, was genau ich brauchte. Holz noch. So. Die wäre schon geil, ne? Verbessert der Grill. Nein. Amboss würde ich gerne lernen. Das hier auch. Ansonsten war es das auch erstmal. Ah. Safe brauchen wir nicht. Safe brauchen wir erstmal nicht. Warte mal. Was brauchen wir denn? Für die Waffe. Können wir die überhaupt so herstellen? Komponenten. Alles klar. Kann ich mir leider nicht leisten. Flossen habe ich leider auch noch nichts für. Gut. Wir brauchen mehr Komponenten. So. Genau. nochmal hier schmelzen. Und da machen wir uns auf den Weg. Natürlich habe ich das jetzt nicht im Inventar. So. Zack. Und rein damit. Wir haben eh kaum Rott mehr. Holz haben wir gut. Aber kein Schirrott. Alles klar. Langsam gehen uns die Sachen wieder aus. So sind wir ready. Oder? Gesundheit, Energie und plus 15. Ich denke mal, du hast auch ein bisschen, ne? Ach, warte mal. Wo ist mein Boot? Wir haben ja noch Kram da drin. Das habe ich ja total vergessen. Wir haben da ja noch, glaube ich, Kram drin. Also Batterie und sowas. Ja, und so ein Fernrohr. Sachen zum Verkaufen. Äh, ja, super. Nicht, dass es nicht wegschwimmt. Fernrohr. Würde ich gerne mal ausprobieren. Gut, warum nicht? Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So, die Wertsachen lasse ich da drin. Wir werden bestimmt wieder bald zur Händlerin gehen. So, Bolzen. Oh, ich habe sehr viele. Gut, nehmen wir mal einfach mit. Batterie mit Cash. Wollte ich eigentlich hier reinpacken. So. So. Und Bam, Bam. Bam, Bam. Gut. Dann gehen wir so auf die Jagd, Leute. Jetzt müssen wir wieder zum Sammeln, ne? Dann gehen wir weiter frei. So. Dann sind wir auch voll. Ein bisschen Proviant. Heilung. Verbände. Perfekt. Und unsere Knarre, Leute. Das Allerwichtigste. Also, ich leute ganz gerne. Da hin, ne? Wird er schon schaffen? Da hin, oder? Auch interessant aus. Da auch. Wird er schon reinkommen? Weiß es nicht. Aber ich bin hier, warte mal. Ich habe irgendeine alte Farm vor mir. Erdbeersamen und Ölenspielzeug. Ja, gut. Lassen wir mal so treiben. Wurde ich leider irgendwie wieder so komisch drehen. Ich würde aber sagen, das war es auch wieder mit dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao. Ciao.